Nur schade eigentlich. Du kommst natürlich auch weg. So, wir werden hier hochgezogen. Vielleicht kann man irgendwie doch hier wieder anstoßen. Hier kommen wir ran. Na, bis dahin werden wir ja hochgezogen. Vielleicht muss ich einfach nur noch weiter in die Höhe. So, dann. Muss es runter und wir können nicht runter. Okay. Wir können ja jetzt hier so ein... Nee, das geht nicht. Ja. Einen steilen Abhang können wir nicht machen, aber vielleicht in so ein. Nein, das ist die verkehrte Richtung. So, da haben wir jetzt schon mal Schwung. Hier müssen wir irgendwie wieder drankommen. Na, die holen hier auf und dann kriegen die hier Schwung. Einen kleinen... Da müsste doch eigentlich das machbar sein. Wenn ich dem jetzt... Von der Höhe her geht das nicht. Eine kleine mache. Und ihm jetzt sage. Geht nicht. Geht also nicht. Dann macht er das so. Dann müssen die ja genug Schwung haben. Hier drüber. Das geht. Okay. Das kommt mal weg. So. Wir sind jetzt hier. So. Danach geht es nur noch runter. Und dann geht es nur noch runter. Nee, ein weniger. So. Drehung, Drehung. Danach geht es nur noch mal runter. Dann macht es eine Drehung. Und dann kann ich doch bestimmt sagen. Verbinden, oder? Ja. So. Und jetzt wollen wir noch mal gucken. Das muss doch jetzt mal funktionieren, oder nicht? Hier werden die jetzt schön hochgebracht. Hier kriegen die Schwung. Weiter. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Oh, was habe ich denn hier gemacht? Hä? Ist das ein Grafikfehler? Nö. Kein Grafikfehler. Okay. Ich bin zu blöd, so etwas zu bauen. Nein. Nein. Ich bin jetzt eben noch mal draufgekommen. Bauen. Da ist immer noch zu wenig Schwung. Das ist schade. Das stimmt mich echt traurig. So. Jetzt wollen wir erst mal wieder hier hin. Ich weiß nicht, wenn wir das hier auch mal wegmachen, wenn wir sagen, so geht das hiermit auch? Anscheinend. Alles klar. Haha. So. Und wir... Gleich sagt einer, das würde nicht gehen. Nee. Hier wären die... Da muss es ja einmal eigentlich runtergehen und nicht noch mal rauf. Finde ich jetzt. Ich meine, ich bin selber kein Achterbahnfeierer. Wahrscheinlich bin ich auch gerade deswegen einfach nur so grottenschlecht. Äh... Äh... Nee. So. Dann. macht es einmal einen steilen abhang so wir dürfen natürlich nicht die andere bahn berühren die sieht mir aber nicht gerade gemein gefährlich aus hier und dann nein zurück okay das geht auch nicht noch eine umgekehrte schraube sind wir noch auf dem boden der tatsachen hier so jetzt machen wir einmal hier dann ich habe noch 4000 geht es hier wieder hoch dann müssen erst mal wieder dann machen wir eine drehung dann machen wir wieder eine abfahrt runter machen wir jetzt wieder gerade und könnt ihr euch finden jawohl so und jetzt testen wir das ganze noch mal und wie enttäuscht mich jetzt ja 306 besucher aber schon wir müssen auch gleich mal gucken durch das bauen habe ich jetzt total verpennt wie die einnahmen sind warum geht die scheiße nicht da ist extra ein seil dran das extra ein seil dran ich kapiere das nicht ich glaube ich sollte mit einer einfachen achterbahn anfang und ich bin so einer oh mein gott aber ich glaube es gab hier auch vorgefertigte da müssen wir erstmal so einnehmen weil wir brauchen geld wir brauchen echt eine menge geld pass mal auf um erstmal geld nein jetzt haben wir auch ab einzutreiben machen wir hier auch noch irgendeine attraktion hin und zwar wo war das wo war das schwimmbecken andere bahn nah guck mal hier was haben wir denn da topspin haben wir dann machen wir mal einen enterprise Na toll, das geht hier nicht hin. Dann kommst du hier hin. So, der Eingang muss ich jetzt mal überlegen. Damit sich auch ja eine große Schlange bildet. Genau, der Eingang. Nee, ich wollte einen anderen Eingang haben. Egal, machen wir beim nächsten Mal. So, da müssen wir ja noch einen Weg hin machen. Bleiben wir hier bei. So. Und hier genau so. Zack. Dieses Fahrgeschäft hat 16 Kapazitäten. Kostet auch... Nee, du kostest 2,70 Euro. Und du darfst auch nur bei Volllast fahren. So, da bin ich ja mal gespannt. Und dann machen wir hier... Einen Kettenkarussell für die kleinere Fraktion hin. Geht das auch hier? Ohne Spaß, ey. Das geht auch hier. WTF. Aber wir machen das hier mittendrin. Diesmal möchte ich aber das Schönere haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommt das hin und hier kommt dann das hin. So. Auch nur bei Volllast. Die Preuse. Nee, 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 nee. Also 1,50 Euro will ich mindestens die Fahrt haben. Aber wir brauchen ja auch noch einen Weg dorthin. Jetzt sagen wir mal, das hier... Ja. Fände ich zwar persönlich nicht so ganz so toll. Aber gut, was soll man machen? So. Und auch du bist eröffnet. So, was sagt denn mein Personal? Man konnte irgendwie... Zufriedenheit. Man konnte das irgendwie hier machen. Man konnte die irgendwie... Genau. Ey, ihr kriegt schon hier... Ne? Nicht schlendern. Disziplinieren hier. So. Sind hungrig. Dann sollen sie ja zu den Essensständen hingehen, verdammte Axt. Dafür haben wir die ja. Dafür haben wir die ja. Da ist das... Ne? Aber wir könnten uns mal mehr ausbreiten. So, nochmal. Achterbahn. Da gibt es ja schon welche, die sind... Sind nicht ohne. Das Geld habe ich leider nicht. Ich würde ja gerne selber einbauen. Aber... Ich bin zu blöd dafür. Und deswegen geht das nicht. Und meinst du, k nur noch mal. Vielen Dank.